ja und damit herzlich willkommen zu einer weiteren episode vom stellwerk sehen heute sind wir am hamburg hauptbahnhof in der instanz 1 es ist drei nach sieben und ich werde gerade zugeschissen mit zügen aus altuna bis sehen was los hier und weil das ja nicht reicht haben wir hier rechts oben auch noch eine gleichsperre die brücke des streckengleises ankelmannsplatz hauptbahnhof wird neu gebaut aus arbeitsschutzgründen ist das gleis berliner tor hauptbahnhof ebenfalls gesperrt wir sagen musik an und dann geht's los mit dem ganzen spaß hier ok 13b in die abstellung 1 man dann gleich mal machen sobald hier die fahrstraße frei wird und dann können wir uns gleich um den zweiten zug da von altuna das müsste der hier sein möchte noch 14b 14b nach hamburg fern kriegst du für mir schon mal halt vergessen werde der ledigt 13b möchte ich dann auch schnell loswerden für die abstellung 1 weg mit dir ja da oben ist auch gerade unterwegs sind die abstellung so er müsste jetzt gleich bei damdor sein in 14b schon mal vor einstellen einmal so einmal so einmal so und jetzt kommt von da oben einer der will auf 6b muss sie dann einmal runterfahren leider und einmal da oben rein ok ja rein von den verspätungen her bis auf ein paar ausreißer sieht jetzt in der früh eigentlich noch ganz gut aus also ich bin stolz auf die bahn hier wenn sie vermutlich im lauf des tages noch ändern auf der instanz aber hey ich bin wirklich nicht so schlecht aus momentan gut für mich okay der gleiche weg von 12b möchte dann auch nach hamburg fern nicht eigentlich auch schon mal vorerst stellen also die beiden erledigt 7b ja da muss er sowieso erst mal auf den kollegen da oben warten auch wenn man hier eigentlich vorne in einem gebiet hier noch einer hamburg fern ach so ja klar 12b habe ich ja programmiert okay jetzt im b fährt als erstes alle gut mrce das sehen 811 am i mit mrc trug auf 14 hat schon stimmt läuft 12b deine abfahrt kommt gleich und die abstellung 3 will raus und abstellung 3 noch 35 muss das sein abstellung 3 noch 35 das ganze links machen wir das mal so ganz vergessen da noch da erstmal bis hierhin jetzt kommt da auch noch einer 1006 rotenburger 1006 der will auf 8a du musst hier unten lang fahren und fährst du hier auf 8a fährt hinter re als snapback ok machen wir dazu 12b ist gleich gut 5b nach rotenburgsort ja das geht grad nicht macht mich immer nervös wenn hier die sachen auf rot sind 12b kriegt die ausfahrt 5b du wirst eine verspätung haben so wenn er jetzt gut ist also ich mach das jetzt mal pass mal hier schön durch dankeschön und neben der ICE da gib mir Gas er ist jetzt auch schon unten beim reinfahren sehr gut kann dann 7b gleich weg beziehungsweise 7b ja 7b werde ich schon mal einstellen mach so und im Anschluss muss er da runter und dann da rein weil er das auch eingestellt er macht das jetzt so wie ich mir das eingestellt habe er kommt denn jetzt rotenburgsort der nächste noch ein ICE mit verspätung nach 6a 6a ist jetzt gerade ein bisschen ungünstig scheiße ICE hat eigentlich Vorrang ah fuck SP löschen SP löschen jetzt hat er die Fahrstraße schon gemacht ach man warte mal der jetzt noch 6a gleich gleich von nach gleich 6b 716 6min ne dann schicke ich den anderen zuerst das mach ich erstmal nicht so sagen wir hier 7b naja da kann er nicht rausfahren das ist echt beschissen 11b nach Abstellung 1 ja dann halt du fährst so nach Sö weg mit dir 14b Hamburg fern bitteschön dann ist das auch schon mal erledigt ja das hinten am rumrangieren ICE ich gebe Gas hier wo will denn der überhaupt hin der will nach Dammtor dann fahren ich habe keinen Gleis wo ich den hinstellen kann im Moment ja na toll Hamburg fern 12a 12a ne löschen würde ich jetzt nicht wenn nicht dass der Zug dann weg ist so 7b fährt jetzt aus sowas macht mich 35 7 17 muss nach 6b ja ne das geht gar nicht ja ich weiß warte mal 1507 auf 5a ach so ja klar ICE Leute das geht gerade nicht ok ICE du kommst jetzt dann weg ich kann nicht ich wollte eigentlich eine ruhige Geschichte haben 14b ist gemacht 6b hat ULZ muss noch warten komm komm ein Stückchen noch dann kommt die Fahrstraße ich klicke jetzt da mal auf löschen in der Annahme dass er noch mal klingelt ich bin mir jetzt gar nicht sicher ich hoffe der kommt auch mal aber ich will jetzt nicht das Dauergebiet hier haben eventuell ist das so 15 Minuten warten Ding ich kenne mich noch zu wenig aus im Stellwerk sim Stress Relief jetzt im B 6b 6b die tun wir schon mal voreinstellen und so auch schon mal weg sehr gut uh schöne Musik habe ich da gerade so eine Playlist rausgesucht von Epidemic Sound now trending ich werde weit mal durchgemischt ohne Musik könnte ich das hier nicht machen ich brauche da ein bisschen Hintergrundbeschallung Gleis 35 soll ich die schon mal wegschicken auf 6b da steht da sogar drüber äh komm wir fahren mal hier rauf nach da 35 vorzeitige Abfahrt yay Altona 14b wie kommst du na toll jetzt kommt von da oben einer nach 5a und dann 35 für die Abstellung 6b fährt jetzt ab sehr gut das passt du fährst nach da hin und du fährst dann nach da hin ist eingestellt 12a was ist mit dir der bleibt jetzt hier die ganze Zeit hier oben rumstehen jetzt um 737 geht es dann weiter ja ok 1-7-3 ist auch eingestellt Hamburg fern 12b hab ich grad noch Platz für dich Gott sei Dank ist das hier in 2 aufgeteilt oh shit kommen 2 Züge von da hinten 21 467 das ist der hier der fährt auch auf die 5 noch eine Altona Alda schön ach komm lass mal dich mal rein 21 89 wo ist der ICE 6a äh also gleich 6 ist grad ein bisschen blöd du bist aber noch Dampor ich hab's aus mit 8 21 ja fürs erste erst mal bis hierhin grad ein bisschen schwierig mit der Einfahrt Ich kann ihn halt nicht mehr nach unten schicken, wo ich einen freien Bahnsteig hätte. Oder, wisst was, wir machen uns hier mal einen kleinen Stau auflösen und musst jetzt du erstmal da oben reinfahren. Sorry Jungs, da hinten gibt es erstmal Stau. Anstatt 5B wird es, du fährst ja, Moment einmal, ICE, ICE, 78096, was bist du für einer? Gleis 10. Nach Hamburg Tunnel. Gleis 10, äh, okay. Äh, das steht uns. Warum kann er das nicht? Warte mal, kannst du von da nach Gleis 10? Es geht. Alles gut. Gut, 2189, 2189, wir fahren heute nach 6a. 6a bei dir heute. 7a nach Altona. Tschüss. Bisschen unterschätzt, Hamburg. 8a nach Altona. Kannst du da gleich hinterher düsen. Kannst du da gleich hinterher düsen. So, 21597. Ist eigentlich noch 5a. Äh, ja. Ach, das geht grad nicht. Und der nächste. Oh, jetzt geht's doch noch mal eine Felschnaufpause hier. 20, 83. 8a. Warum 8a? 27, 25, 28. Ich weiß nicht, ob ich dich da oben haben will. Weil im 8a ist ja noch belegt. So, mach frei für 8a, bitte. So, und du fährst ja dann auch noch da unten. Äh, Mann. Ja, ich lass mal da hinten stehen fürs Erste. Hamburg Tunnel. Das heißt, der fährt dann hier auf das Gleis da oben. Kriegen wir hin. 9, 7, 3 fährt in 2 Minuten. Ah, tschüss. Dann ist das erledigt. So, 8a fährt weg. Sehr geil. 5a, wie schaut's bei dir aus? Du müsstest eigentlich ja auch jeden Moment dann wegdüsen. Dann kann er hier einfahren. 21, 5, 9, 7. Ich stelle das schon mal ein. 21, 4, 6, 7. Muss dann auch noch da oben. Er fährt nach 5b. Das ist dann auch hier rein. Zuerst ja. 4cb ist gemacht. Dammdor kommt. Gleis 10, Hamburg Tunnel. Das war's. Die stelle ich schon mal ein. Moment. So. Hamburg Tunnel. Tschüss. Tschüss. 6b. Ah, scheiße. Der muss natürlich hier raus, wo jetzt die zwei Züge stehen. Praktisch. Sag mal, 5a. Möchtest du mal abfahren? Oh, scheiße. Ich hab den da... Der hat mir das falsche Gleis gesagt gehabt. Ähm. Ist 5a. Jetzt düster. So. 20, 83. Hier ist viel zu viel rot. Noch 8a. 2a. So. Okay. Du wirst jetzt hier mal warten müssen. Dann wollen wir uns erstmal einen rausschicken. Und zwar den hier. Hamburg fern. 13a. Naja. Macht's nur voll den Bahnhof hier. Ich hab noch keinen einzigen Zug gehabt, der hier nach oben gefahren ist. Es ist not. Ja. 21, 4, 6, 7. Ja. Muss noch warten. Leider Baustellenbetrieb hier. Gut. 6B. Du fährst noch da draußen. Ah, da ist dann eh automatisch eingestellt. Ja, also soviel, dass es mit der Verspätung gut aussieht. Äh. Bin unschuldig. Teilweise. Ah. Chaos in Hamburg mit Bravura. Das wird was. Die Musik ist mir ein bisschen zu ruhig. Gehen wir mal eins weiter. Underground Moments. Das nimmt mich so ein bisschen an Cyberpunk. Kleines Stückchen noch. Oh, shit. Da kommt schon der nächste da hinten. So, 6B. Ja, geil. Er kann wegfahren. Dann als nächstes fährst du da rein. Fährst dann nach da oben. Äh, warum hat das jetzt nicht genommen? Du fährst nach da. Und dann fährst du nach da. Jetzt hat das genommen. 5A. Abstellung. Abstellung. Gleiches 35. Komm. Mach mal grad. Dann ist es erledigt. Dann auf dem schnellsten Wege. Ich würde sagen über 10. Nach Abstellung 3. Störungen sind schon was Rieses. Irgendwann einmal mache ich das mal bei TD2. Aber da habe ich noch ein bisschen zu viel Schiss davor. Ich würde sagen, die ganzen Störungen hier musst du vorher einstellen, damit du jetzt nicht Störungen kommen, die ins Betrieb komplett unmöglich machen. Aber das ist nur geraten. So, Junge. 5A. Schieß ab. Abfahren. Geht doch. 8A. Hamburg fern. Das wäre noch da. Da ist hier wieder Autosick. 30 Sekunden Verspätung. 31? Achso, nee. Alles. Doch, das passt schon. Ich weiß gerade, was ich verwirrt mit der 31 hier. Zweiter Anruf. 21467. Ja, auf gleich. Sie ist ja. Hauptstelle. Ein Gott hier. Und TD2 hier. Bist ja nicht du hin. Dann wirst du dann wenden. Erst dann nach Hamburg fern. Oh, jetzt kriegt er seine Fahrstraße. Alles gut. Schaut, dass ich keine Nachbarn habe. Ich habe gesehen, auf Instanz 2 sind ein paar. Aber ich wollte eher auf 1 spielen. Fand ich die Uhrzeit interessanter. So, du bist jetzt da hinten. Das heißt, wir fahren von da nach der. Nach der Öben. Hat sicher wieder drüber stehen, oder? So. Na, ich warte mal, dass er wieder auftaucht. Da hinten. Oder ist jetzt selbstständig? Ah, nein. Er ist schon losgefahren. Abstellung 3. Das heißt, von da. Von da nach der, nach der, nach der. Viel Spaß. Das ist sehr schön, wenn es so flott geht mit einem Lokführer. So, der nächste Kandidat von da hinten. Zeig mir doch nochmal deine Zugnummer. Oh, geh an. Ich will wissen, was du für ein Zug bist. Hast du schon mal Zeit, der Display? Wird ich? Nee, es ist so irgendwie nicht. Warum geht hier der Display jetzt nicht an? Nein, das ist du, weil du jetzt gerade rot geworden bist. Ähm. 7b. Machen wir das mal bis dahin. Ja, jetzt wird er glücklich. 21,557. Ja, das ist der. 7b. Äh? Achso. Bis hierhin. Und nicht weiter. Ja. Zu dem Verhältnis ist es jetzt wieder ruhig. Das war jetzt echt mal so eine kurze Crunch-Phase. Wo einfach die Züge reinkommen sind, bis zum Gehtnichtmehr. Inklusive Verspätung. Und gerade diese Verspätungen, die machen es dann knackig, ey. Ja, so die Verbindung von da nach da unten wäre schon noch irgendwo ganz praktisch. Ja, da hat man die Abstellung im Weg. So, 12b fährt in den Tunnel. Und 34, also jetzt. Kannst du, Horven, ich wünsche dir sehr viel Spaß im Tunnel. 37 fährt dann auch der hier weg. Der fährt dann nach Hamburg fern. Muss ja eh erst mal warten, bis hier frei wird. Ansonsten von den Zeiten her. Mal Ankunft. 29, 38, 39, 33, 33, 36, 36. Kommt dann wieder ein Schwung rein. Plus 4, 5, 2, 8, 6, 6, 4, 4. Schaut gut aus. 12 Minuten. 14 Minuten. 10 Minuten. Keine gewaltigen Verspätungen. So weit noch im Rahmen. Ach, 5b wird gerade wieder losfahren. Ja, das kriegen wir hin. Der muss hier erst mal weg. Ja, da ist eh wieder Autosick. So. Geflütenverspätung. Oh, das ist auch schön, also. Uncharted Lands von Christopher Mould... ...Hitlefson. Wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Hat so ein bisschen was episches. Und da kommt die Fahrstraße. Ach, nein. 6b. Ja, wenn es sein muss. Wo fährst du noch da? Noch da. Dankeschön. Hamburg fern. 14a. 6, du... Und 14a. Warum nicht 11a? Muss er hier einmal wieder... Ja, okay. Aber... Da kommt schon der nächste. 6b. Ja, jetzt kommen sie wieder alle. Ja, schaut's. Der will nämlich auch noch 14b. Warum will der 811er... Zufa... Oh, Mann. Wollte ich ihn nochmal... Ich würde den gerne woanders hinschicken. 6 Minuten Verspätung. Ähm... Ist es jetzt... Ich gehe mal davon aus, der düstern gerade. Ich meine, der Intercity, der ist pünktlich. Ich kann den aber natürlich auch nach oben schicken. Ich gehe mal dabei ein. Amtour mal kurz halb, gehe ich mal davon aus. Naja, 2 Minuten. Verspätungsmanagement bei Bravooja. 12a. Hamburg fern. Äh... Gleich. Du schon mal voreinstellen. Ach, cool. Der nächste von Hamburg fern. Da ist 8a. Da ist Gott sei Dank gerade frei. Noch einer von Altona. Yay. Ich hatte mir wieder zugeschissen. 2, 1, 3, 5, 7. So, um den muss ich mich auch noch kümmern. 2, 1, 3, 5, 7. Der wollte auf 6b. Auf 6 fährt aber schon der andere ein. Der fährt wieder zurück. 2, 1, 3, 5, 7. 2, 1, 3, 5, 7. 2, 1. Wo ist er, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Hä? Wo ist er hin? 2, 1, 3, 5, 7. Weißt du was? Du musst leider erst mal Wanderstil fahren. Schick dich mal nach da oben. Bei dir wird's 5b. Na toll. Äh, jetzt stehen die hier. 39404. Auf 8a. Ah, halt. 8a, dann nach Abstellung fährt der. Du fährst dann bitte nach Fern weg. So, so schnell wie möglich. 7b. Scheiße. Äh, Abfahrt. Der müsste jetzt eigentlich auch weg. 7b. Tun wir mal. Einstellen. Okay. Zwei Züge erledigt. So, 14a. Weg mit dir. Wo ist ein anderer Zug rein? So, das könnte ich gerade mal einstellen. 3, 6, 5, 5, 4. Wo ist er? 13b. Wird da noch Tunnel. Warte mal, wohin fährt 13a? Hamburg fährt. 13a. Fährt um 54 erst. Und du fährst. Vorher noch. Okay. Nicht, dass ich mich da zu park. Dann kannst du jetzt hier reinfahren. Oh, so. Erixus. Das ist da oben. 11a. Okay. Dann ist die nächste Fahrstraße nach da oben. Kuscheli-Kir. Wie sie einfach alle jetzt Verspätung haben. Babura im Stillberg. Erstmal alles zu spät. Naja. So, wird es wenigstens nicht langweilig, ne? So, 6b. Naja, muss man kurz warten. Aber 6b. Kann ich schon mal voreinstellen. Nach da, nach da. Ja. Der muss verspätet wegfahren. Sehr gut. Wer kommt denn da jetzt? 21 007. Wo ist denn meine Liste? Gleis 7a. Okay. Detail ist einmal noch da. Und der nächste von Hamburg fern. Ja, geil. 12b. Tut dann auch einmal die Richtung ändern. Oh, eingestellt ist es. Hui, hui, hui. Esselbrook will dann noch 5b. Ich verstehe gerade was anderes. 46 in 3 Minuten fährt der. Fährt denn was? Hässelbrook? Achso, ja. Ah, das ist das Erhalt da oben. Habe mich gerade ein bisschen verwirrt. So, 2023. Hamburg fern. Und tschüss. Oh, das ist auch nice. Oh, 8a. Was ist mit dir? Steht doch hier gut drin. Oder, warte mal, du wirst dann. Hast du ein bisschen Halt vor STB? Äh? Bist du doch ein 8. So, der 1-1-2 da fahren, oder wie? Ah. Ach, nee. Moment. Moment. Der ist ja von der anderen Seite gekommen. 8a. So. Sorry. So, 13b nach Hamburg-Tunnel. Ah, geht gerade nicht. Aber ich kann es ja schon mal einstellen. 14b ist schon eingestellt. So, 5b. 5b fährt jetzt gleich mal ab nach Bad Oldesee. Den schicke ich zuerst raus. Sorry, da oben. Bestimmt dann gleich wieder anrufen. 11a kann ich nicht weg, bevor nicht 11b weg ist. Altuna. Noch einer. 6a für die Abstellung. Moment. 6a. Ach so, dann fährt er da hinten rein. Ich verstehe. Rezimiert Abfahrt. Warte mal, das ist ja der gleiche Zug hier. Äh, da fährt er noch Ericsus. Viel Spaß da hinten. Hamburg fährt ein 36, 5, 5, 6. 13b. Ich muss den erwarten. Aber ich tue es dir schon mal einstellen. Ach, Abstellung. Abstellung. 1. 8a nach Abstellung 1. Du, 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 du. Sag mal, Mr. 8a. Kannst du mal bitte dauerhaft ändern, bitte? Du stehst doch gerade ein bisschen ungünstig da hinten. Und 8a, kann ich das machen? Nee. Aber ich kann das hier vermutlich machen. So, was los ist mit der Musik? War's nicht schon wieder? Ja, sag mal. Dann gehen wir mal in die Playlist. Steppix. Aber bitte... Nö, das machen wir nicht. Ah, Musikplaylist, Popular Tracks, Latest, dann gehen wir mal Latest, schauen wir mal so. Neues gibt. 21. Ah, shit. Ah, wo ist der 21er? Playlist 6a. Bitteschön. Sag mal. 39, was ist mit dir? Möchtest du mal losfahren? Kann mir dir da hinten nichts anfangen. Baut bitte da hin. Ah, geht doch. So, 21, 4, 5, 7, 5B. Ja, das sag ich schon. Jaja, du hast jetzt doch gerade die Fahrstraßen gekriegt. Alter. 13a. Ja. 54, 12b. 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 Ja, ich gehe gerne eh an der Abstellung. Ich werde das mal hier wegnehmen. Ja, komm, mach hier nicht da. Ich werde jetzt schon in die richtige Richtung fahren und werde jetzt wieder dahin. Warte mal, ich mache jetzt mal ganz kurz, was steht wo. Was steht wo? Steht am Bahnsteig. 6, 7a. 12b. 8a. Ja, fuck. 8a. 8a. Ich muss nochmal ändern. Ich habe das falsch gemacht. Entschuldigung. Bauerhaft ändern. Dankeschön. Wo du fährst, das ist in die Abstellung. Dankeschön. Ja, jetzt fährt er durch. So, der Kollege. Bad Olysee, Bad Olysee, Hasselbrook. Achso, das ist der, was jetzt in die andere Richtung baut. Okay. 13b. Abstellung 1. Ja, vielleicht eben gerade hinterher. Bei 13a muss er nach Hamburg fähren. Also, der muss dringend weg, der hier. Jetzt haben wir da ein Problem. Gleis 7b. Also, der stimmt ja. Ist noch ein Signal dazwischen. Da soll er nicht noch A reindüsen. So, ein paar Sekunden noch. Yay, es kommt ja noch was von Altona. Wie schön. Jetzt im B. Die ist zufälligerweise gerade frei. Sehr gut. So, ich glaube, den Zug aus Altona werden wir jetzt noch machen. Und da würde ich sagen, belassen wir es erstmal bei der Session. Hat Spaß gemacht. Zeitweise ein bisschen knackig. Da mit den Verspätungen. Und, dass hier auch noch das Gleis hier da oben gesperrt ist. Das macht es so ein bisschen schwierig. Aber, normal wäre das langweilig, ne? Da macht es Spaß. Alle fällen einen Daumen nach oben von mir. So, 13a. Hamburg fähren. Ich würde sagen, Abfahrt. Ich wünsche viel Spaß. 54, 30 Sekunden. Perfekt on time. So muss das sein. Nein. Der will noch 8a. Ist Gott frei. Darfst du mal reinkommen. 8a. Und fährt weiter nach Dammtor. Du fährst dann so. So, und jetzt kannst du in die Abstellung reindüsen hier. Gute Schicht, ey, da hinten. 5b. Ja, in die Abstellung. Über 35. Ja, komm. Das machen wir. So, dankeschön. Nachdem. Nachdem. Und schon vorheizen. Sehr gut. Und schon vorheizen. Gut, wechseln sie die 12 Minuten nicht von mir. Aber der kann dann eigentlich direkt rausdüsen. Ich habe eigentlich gesagt nur Instrumental. Na gut, lassen wir mal mitstimmen. So, dann können wir den auch da am Bockpern rausfetzen lassen. Ja, liebe Leute. Ich würde sagen, an dem Punkt lassen wir es erstmal. Jetzt ist wieder halbwegs Ruhe hier am Bahnhof, bis die nächste Welle kommt. Aber ich denke mal, wenn du richtig klasse Verspätungen hier hast, so ein bisschen später in den Tag hinein, ist das bestimmt ein sehr interessanter Bahnhof. Deswegen ist er vermutlich auch immer belegt. Oder fast immer. Jedes Mal, wenn ich reinschaue, bei dem Laufenden Spiel, Hamburg und Hamburg-Umgebung immer alles besetzt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr Ideen für das nächste Stellwerk habt, dann schreibt es mal in die Kommentare rein. Und vielleicht eine ganz extreme Stellwerke. Das wäre noch super. Bis dahin. Macht es gut. Gute Fahrt. Ja, liebe Leute. Das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele. Und da könnt ihr auch mit mir quatschen. Und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da. Und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis dann. Euer Brabura. Bis zum nächsten Mal. Tschau, tschau.